Hallo allerseits, ahoi, mein Name ist Tim Weber und jo, ich bin Pirat. Stellen Sie sich mal vor, wir Piraten hier in Niedersachsen wollen Wahlkampf machen. Zur Bundestagswahl am 22. September 2013 und wir haben kein Geld. Nada, empty bottles und einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Nun, sagen kluge Leute, dann musst du halt Fundraisen. Da gibt es sogar richtige Profis, die sogenannten Fundraiser. Die kosten aber einen Haufen Geld und wir haben ja keins. Wie geht das denn jetzt nur mit dem Fundraisen? Papa? Ja? Papa, gibst du mir bitte 5 Euro? Wofür brauchst du das denn? Ich gehe nachher mit Luisa Eis essen und gerne heute Geburtstag. Ich möchte sie einladen. Ja, okay. Regel Nummer 1. Nur wer fragt, bekommt eine Antwort. Die häufigste Antwort ist Nein. Aber viel häufiger als sie denken, bekommen sie auch ein Ja. Und wer viel fragt, bekommt viele Ja's. Danke. Ja, also Fundraising, wie geht das nun? Wir benötigen in Niedersachsen 30.000 Euro. Papa? Ja? Gibst du mir bitte 10 Euro? Ähm, wofür denn? Ich möchte Mama gerne einen Blumenstrauß kaufen. Ach komm, die kannst du doch selber pflücken. Aber Mama mag so gern Rosen. Und komm selber. 10 Euro sind nur 2 Schaffchen Zigaretten. Ja, also gut, okay, 10 Euro. Regel Nummer 2. Nicht beim ersten Mal gleich aufgeben. Kramp bleiben. Nochmal fragen. Und die Spende gut begründen. Wofür brauche ich das Geld? Danke. Ähm, ja, also Fundraising. Genau, 30.000 Euro brauchen wir in Niedersachsen. Die brauchen wir für Plakate. Für Flyer. Papa? Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ich wollte in die Stadt. Gibst du mir 50 Euro zum Shoppen? 50 Euro? Ich bin doch nicht Größes oder ein Nasses. Na los, Papa. Du gibst Lille 5 Euro für ein Eis und Carla 10 Euro für Blumen. Und ich brauche ein neues Kleid für Opas Hochzeit. Das ist für einen guten Zweck. Dann kannst du mir 50 Euro geben. Na ja, wenn es für einen guten Zweck ist, ich meine, dann kann man das vielleicht schon nochmal machen. Regel Nummer 3. Fundraising heißt Fragen, Wiederfragen und nach mehr Fragen. Danke. Ähm, wo war ich? Ach ja. 30.000 Euro für Plakate, für Flyer, überhaupt für Informationsmaterial. Wir Piraten arbeiten ehrenamtlich. Wir bekommen dafür kein Geld. Aber um unsere guten Ideen zu verbreiten, benötigen wir Geld. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro oder sogar 100 Euro. Jeder Betrag ist herzlich willkommen. Bitte spenden Sie den Piraten und ihren guten Ideen zuliebe. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke. Regel Nummer 4. Danke sagen. Danke. 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 Vielen Dank.